Servus, was geht? Ich bin's wieder, euer FRAD Gaming mit einem neuen Planvideo am Start. Mit Deponia 2 heute Abend, mit Flemming. Ja, wir wissen's, Deponia 2 mit Flemming, wir gehen in die 6. runter, wir machen die Krawall-Goal, denke ich, heute fertig. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Mittwoch, Call of Duty Award Zone, Hashtag 02, um 20 Uhr. Donnerstag, Fortnite, Hashtag 189, um 20 Uhr. Freitag, ja, ihr seht's richtig. Es geht wieder in die dunkle Zeit rein. Und ich hab mich ganz Zeit geweigert davor. Und es wird wieder total heftig. Rage pur und vieles mehr. Erfolg oder Niederlage. FIFA 20 Ultimate Team, Vegan League ist wieder zurück. 22 Uhr bis 4 Uhr, um Freitag. Samstag, Mortal Kombat X Special mit Flemming. Da haben wir uns was überlegt. Wir machen so eine Art Trunk-Stream. Da werdet ihr schon mitkriegen. Wir machen, wer verliert, da machen wir. Also wer eine Runde verloren hat, muss ein kurzer trinken. Schauen wir mal. Wir reden das auf jeden Fall im Stream. Am Anfang werden die Regeln erklärt. Und alles etc. Gut, wenn es nicht kommt, hab ich das Stream frei. Sonntag, FIFA 20 Ultimate Team. Der Rest, Vegan League kloppen von 21 Uhr bis 1 Uhr. Und dann sehen wir uns dann heute Abend bei Deponia. Bis dann, haut rein, euer Infrared Gaming. Ciao.